Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Review Wieder mal von dem Friendly Sweeter Shop Und zwar habe ich diesmal was hier, was relativ cooles finde ich Und zwar ist das ein Feuerstarter Set mit Magnesium Feuerstarter Ich würde sagen, fangen wir direkt an und packen mal aus Das sind hier hinten solche kleinen Äh, Tackernadeln Auf der Seite auch noch hier Einmal Komm schon Ne, willst du nicht? Ah, jetzt sei das Dann können wir es einfach hier rausnehmen Schön aufgemacht, gell? Gut Dann haben wir hier eine schöne Karte Vor allem The Friendly Sweeter Premium Quality Accessoires Accessoires, ja Nööööö Aha Okay Gut Dann haben wir jetzt hier diese drei Feuerstarter Jeder einzeln verpackt Cool Nehme ich mal einen raus Und eine Kette Okay Drei Ketten anscheinend Okay Also drei Feuerstarter Boah Man hört auch, dass Magnesium ist So So Die drei Magnesium Blöcke Dann so Ketten Die kennt man auch von Badewannen irgendwie Und hier halt aus Metall Drei solche Kratzer mit So einer kleinen Säge dran Na komm Ja Gut Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Paket weg Und nehmen uns mal einen Jeweils eins für die ganzen Sachen So Das ist eine Gut Das ist eine ziemlich lange Kette Also Ja Ich mach die Kette Die Kette kann man halt dran machen Indem man halt Das durchfädelt Und dann Hier Die Kugel Hier rein macht Und dann Feste drückt Und dann kann man das halt rein machen Aber das mach ich jetzt nicht, weil Ich muss ja nicht Ich will es ja nicht mitnehmen Ich teste es ja hier direkt aus Die Packung kann man einfach hier öffnen Und dann Kommt der Oh Das fühlt sich cool an irgendwie Das fühlt sich extrem cool an Ich glaube es wäre ganz glatt irgendwie so Aber es ist relativ rau So ein bisschen wie die Rückseite von OneplusOne irgendwie Hier wird mit schön TheFriendlySweer Logo Und halt die Feuerstarter Und hier noch einen Feuerstein dran Was ihr jetzt erst machen müsst ist halt Nehmen ein Blatt Papier Oder halt Alufolie haben die im Video von dem benutzt Aber ich nehme jetzt Blatt Papier Und Ja Ich zeige euch dann jetzt wie es funktioniert Also Ich zeige es euch von der Seite Und zwar Ihr nehmt erstmal den Feuerstarter Also das Magnesium 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 Block hier Da ist so eine schwarze Schicht dran Die Schicht müsst ihr erstmal abkratzen So Ein bisschen mehr So 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 Sieht man hier schon die Magnesium Also das Magnesium Dieben wir jetzt schon Gut Ich kratze mal ein bisschen was davon ab Und Und So 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 To So So So, also ihr müsst das jetzt so lange machen, bis ihr ein kleines Häufchen habt, dann nehmt ihr die andere Seite hiervon, die glatte Seite, und geht an den Feuerstein, krabbt erst an den Feuerstein ein bisschen alles ab, und dann könnt ihr... Auch gut. Ähm, ja, zweiter Versuch. Also, wie ihr gerade gesehen habt, man muss aufpassen, dass die Funken nicht, also das Schlag nicht wegfliegt. Da, sieht das schon. Ähm, ja, ihr habt gesehen, es brennt, jetzt fliegen hier überall gerade solche komischen Braufitzen rum. Aber wie ihr seht, es brennt und hat einen schönen Tisch verbrannt. Aber, ja, jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. Ähm, besser auf einer anderen Unterlage machen, nicht wie ich jetzt hier auf dem Tisch, weil der hat jetzt einen kleinen Brandfleck. Ähm, gut, ne kleine Sauerei, aber... Ich hoffe, euch hat's Video gefallen. Lasst eine Bewertung da. Bis dann. Und tschau. Bis dann. Bis dann. Bis dann.